Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier vom Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind vor der Partie gegen den FC Chelsea, nachdem wir unser letztes Spiel mit 0 zu 0 bestritten haben. Natürlich kein besonders gutes Ergebnis, aber wir haben ja gezeigt, dass wir gut nach vorne spielen. Leider nur das Tor nicht getroffen haben. Wir selbst sind jetzt Elfter in der Tabelle, aber das versuchen wir jetzt natürlich zu verbessern. Ich hoffe, das schaffen wir gegen Chelsea. Allerdings habe ich auch ein paar Kommentare bekommen von euch mit Spieler wechseln und so weiter und so fort. Habe jetzt allerdings die Namen schon wieder vergessen. Da gäbe es aber einen fürs linke Mittelfeld, der noch jung und gut wäre, aber das können wir uns auch in der Winterpause noch anschauen. Der ist nämlich schnell und der gefällt mir jetzt erstmal vorrangig ganz gut. Wird sich aber auch noch ändern, denke ich. Ich meine, wir haben noch genug Zeit mit diesem Manager-Modus, Karrieremodus, bis das neue Spiel rauskommt, nämlich FIFA 14. Da ist noch ewig Zeit dafür. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Partie. Ja, der Gegner mit einer normalen Aufstellung eben. Tschech im Tor, Ivanovic, dann Terry und David Luiz in der Innenverteidigung. Cole links in der Verteidigung. Mikel und Ramirez im zentralen, beziehungsweise auch defensiv zentralen Mittelfeld. Moses Hazard, denke ich mal, links und rechts außen. Und Juan Marta, ah ne, doch nicht. Juan Marta dann in der Mitte als offensives Mittelfeld. Und im Sturm dann alleine Fernando Torres. So, dann geht's los in die Partie. Aufwärmen erstmal. In der Zeit kann ich mich auch aufwärmen, und zwar an meinem Getränk, in dem ich was trinke. Ja. Okay, machen wir das mal. Ups. Oh, in die Mitte. Schon wieder jemanden getroffen? Gibt's ja nicht. Bäng. Treffer. Ach, zu hoch. Ah, die stehen immer am Weg. Auch zu kurz, äh, zu hoch. Das gibt's doch nicht. Da unten, den habe ich noch getroffen. Egal, jetzt geht's in die Partie. War eh schlecht, dass da, ähm, ja, Chelsea gegen Newcastle, wie schon gesagt, äh, da sind wir Mikel. Ist Essien, äh, ne, Essien ist ja gewechselt. Ähm, der ist ja schon länger nicht mehr da, fällt mir mal gerade auf. Michael Essien, oder? Bin ich da jetzt nur, ne, natürlich, der ist auch schon gar nicht mehr da. Ja, der spielt auch bei Madrid. Äh, ja. Egal, Coluccini, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Partie ja genauso gut wird wie die letzte. Nur diesmal mit ein paar mehr Toren. Ähm, ja, das sehen wir ja dann noch. Ich, äh, äh, bin mal gespannt, ähm, wie später mein, ähm, mein Bild aussieht, wenn ich mir hier einen neuen Fernseher kaufe. Ich habe vor mir einen neuen zu kaufen, und zwar so einen 46 Zoll Samsung Fernseher. Äh, jetzt im Moment habe ich noch einen 32 Zoll Samsung Fernseher, aber der ist auch schon ziemlich alt. Der hat noch, äh, HD Ready, also noch 720p Auflösung. Und darüber zocke ich halt am PC. Oh, 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 oh Es ist also schon ziemlich alt, hat immer noch 720p, daher die Qualität natürlich jetzt nicht schlecht, aber es ist halt jetzt nicht zu vergleichen mit den neuen 3D-LED-Backlight-Fernsehern. Vielleicht spiele ich dann auch mal 3D, da bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme, ob das nicht irgendwie meine Augen total zerstört, aber das sehen wir ja dann noch. Erstmal muss ich das Ding natürlich auch haben, ja aber ich bin echt mal gespannt, wie sich das dann auswirkt mit 1080p und viel besseren Farben und so weiter, ob dann FIFA noch ein besseres Erlebnis wird. Ja, einfach mal abwarten, dauert noch ein bisschen, erstmal noch ein bisschen arbeiten gehen und ein wenig, wie heißt es, ein bisschen Geld verdienen, dann hole ich mir den Fernseher. Und dann sind ja auch 3D-Brillen dabei, ich weiß nicht, was haltet ihr denn so von der 3D-Technik am Fernseher? Würdet ihr jetzt persönlich 3D am Fernseher schauen, würde mich mal interessieren. Oh, Dembaba! Nein! Jetzt aber, Dembaba! Naja, da steht CC auch nicht. Ben Ather. Na, die CPU fällt da nicht drauf rein. Das vergisst man aber schnell immer. Das gibt's doch nicht. Ah, gut so Ben Ather. Naja, kommt auch nicht mehr ran. Au, jetzt haben wir ihn wieder. Jetzt aber raus auf Ben Ather. Zieh mal an, Junge. Du wirst ja wohl schneller sein als... Ah, ne, gut, David Lewis ist ein ziemlich schneller Innenverteidiger. Oh, der geht noch fast ins Aus. Ah, den haben wir. Simson, gut aufgepasst. Oh, 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 oh reinkommen da war terry etwas schneller das gibt es nicht kurz bevor ich aufgenommen habe habe ich musste ich wieder niesen seitdem läuft mir wieder die nase ich glaube das ist irgendwie ein fluch also irgendwie verwirrend naja gut also wo waren ich stehen geblieben also was haltet ihr davon 3d auf fernseher zu schauen ist das irgendwie für euch nur was fürs kino oder habt ihr selbst auch ein 3d fernseher das würde mich mal interessieren weil es ist nämlich schon ein bisschen komisch glaube ich auch was war das denn das ist bestimmt schon ein bisschen komisch wenn man dann auf einmal 3d auf so einen kleinen ding guckt im gegensatz zum kino zum kino lernen wir natürlich das wird das würde mich einfach mal interessieren während wir hier ist 1 zu 1 kassieren durch fernando torres nachdem der torwart ziemlich schlecht aussah manuel neuer hätte den festgehalten nicht nur manuel neuer normaler torwart auch eigentlich hätte den auch festhalten müssen naja gut sind jetzt über rechts außen in der mitte dem baba kann sich schon wieder nicht durchsetzen gegen terry terry ist auch ein hartes eisen terry kolochini gegen hazard hazard oder wie er mal ausgesprochen wird hazard eden hazard hazard oh gott keine ahnung ist ja auch egal der baba ist ein bisschen zu langsam csegnon 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 kopfball machte aber nicht so wirklich zum mann csegnon verliert den ball hin simpson du musst da hin simpson ja solange nicht homer simpson heißt haben wir immer noch einen guten verteidiger csegnon 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 hinten aufgepasst jetzt kabai oh was ein pass auf dem baba ah und dann so ein ding was denn jetzt ach komm was ist das für ein jammerlappen alter was war das für ein pass moses ah pass auf der teilt den ball gleich in der mitte durch gut der eine teilt mehr der andere teilt den fußball oder das spielfeld moses was ein spieler csegnon da ist ja niemand der sich anbietet oh jetzt aber kabai csegnon daneben aber immerhin wieder ein torschuss nach dem ausgleich durch veneno torres musste auch mal wieder sein oh meine augen tun weh mein gott ich sehe immer schlechter habe ich das gefühl ich glaube ich muss mal zum augenarzt das ist schrecklich ich hatte ja schon mal eine brille aber jetzt wird es wieder richtig jetzt habe ich so das gefühl meine augen machen nicht mehr mit wie sonst eigentlich ich brauche eigentlich gar keine was machen die denn da und nochmal gefallen ach eigentlich brauche ich gar keine mehr aber irgendwie sind meine augen in letzter zeit schlechter gewonnen habe ich das gefühl obwohl sie sich gerade erst wieder verbessert haben ist verwirrend naja egal naja egal ja gut ich habe glaube ich mit 15 meine brille ausgezogen habe einfach keinen bock keinen bock mehr drauf gehabt und seitdem wurden meine augen immer besser und jetzt sind sie wieder schlechter aber mittlerweile gibt es ja richtig schöne brillen deswegen kann ich mir auch mal wieder vielleicht eine kaufen weil die die ich im moment habe oder na gut die die ich halt vorher immer an hatte früher die ist ja schrecklich das ist so eine kleine viereckige die aussieht als hätte ich zwei würfel an zwei würfel im gesicht dem das ist sie sehen papis dem was ist sie sehen ja was macht er denn da boah schön gemacht von santon jetzt sie hol dir das ding hol dir das doch alles gibt es auch nicht schon wieder gut im ball erkämpft jetzt santon nein sie ist dem baba dann hol dir doch direkt den ball dann kannst du noch passen sie sind ja kriegst du noch nein kriegt er nicht mehr schade und das war jetzt bestimmt ein foul ja natürlich war das ein foul sie sind ja beschwert sich da zurecht das war nichts oh schießt sie sind schießt sich da auch nicht schlecht komm jetzt haut tschicht ihn wieder raus und kriegt ihn aber nicht weg ja das ist gut so jetzt haben wir wieder den ball dem baba dem baba baba oh guter kopfball auf lama lama in die Mitte das siehst sie sehen aber der geht locker in die arme von petr tschicht schade eigentlich wo gehen denn die bälle da immer hin oh 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 das da könnte böse enden Boah, zum Glück nur ne gelbe Karte. Hätt auch rot geben können, das ja. Flats. Legt er den um, ey. Na, geht schon einer hin. Oh, ne, 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 ne. Ah, gut so. Abseits. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie kommt es mir so vor, als wäre Demba-Bar vorne ein bisschen zu stämmig. Weil eigentlich ist der ja zwar ein bisschen groß, aber nicht gerade stämmig. Der ist doch eher noch leicht immer gewesen. Der war doch kein so riesiges Vieh, wie im Spiel dargestellt. Noch ein letzter Angriff über Papi's Demba-Sise. Nein, doch nicht. Aber ein Wurf. Also gibt es doch noch einen Angriff. Kabay. Cissé. Demba-Bar. Ba-Bar. Boah, genau in die Arme von Petr Cech. Da muss er sich nur bücken. Er hätt auch mit der Kappe festhalten können, die er auf hat. Naja, was soll's. Hoffen wir auf die nächsten 45 Spielminuten. Vielleicht nochmal ein frühes Tor und dann kein Gegentor kassieren. Aber gut, gegen Chelsea kann man schon mal unentschieden spielen. Das ist gar kein Problem. Schaut euch hier noch die anderen Ergebnisse an. Die Spiele sind alle schon vorbei. 2-2. Ersten Willer, Everton und die anderen. Lest euch den Rest einfach durch. Ich will jetzt nicht gerade alles vorlesen. So. Dann, ähm, auf in die zweite Halbzeit. Ben Arthur läuft ja jetzt schon zum Gegner über. Hm, was haben wir denn da? Einen schlechten Pass. Aber jetzt haben wir dann auch wieder Simpson. Ben Arthur. Der ist einfach zu langsam auf rechts außen, muss ich ehrlich schon sagen, ne? Kabai. Sissé. Lama. Santon. Flank in die Mitte. Da steht Cé Seigneur. Aber das war auch nichts Gutes, weil Cé Seigneur ist ein bisschen klein. Beziehungsweise im Spiel klein. Der ist 1,85. Also die Darstellung von manchen Spielern ist irgendwie wirklich irritierend. Cé Seigneur ist doch 1,85, falls ich das eben nicht falsch... Boah, was war das denn? Was macht denn der Torwart da? Was macht denn der Torwart da? Der macht... Boah, das ist ja schrecklich. Jetzt müssen wir ein bisschen aufdrehen. Kabai. Sissé Seigneur. Ja, Schiri, pfeif doch mal was. Ja, das Grätschen bringt dann auch nicht unbedingt was. Das war jetzt extrem knapp. Ja, alter Vater. Das war jetzt sehr knapp. Es war, ähm... Gefährlich. Pfosten und der Ball gerade am Pfosten vorbei. Cé Seigneur raus auf Lama. Lama ist schnell. Lama ist schnell. Jetzt die Flanke in die Mitte. Da ist Cé Seigneur. Nein, das gibt's doch nicht. Dasselbe Pech widerfährt uns jetzt auf der anderen Seite. Das kann doch nicht sein. Egal. Doppelter Wechsel jetzt bei Chelsea. Juan Marta und Mikkel gehen raus für Merelesch und Lampard. Oh, 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 oh. Flanke in die Mitte. Das ist Cé. Aber das ist auch nichts Gutes. Nichts Ganzes und nichts Halbes. Nichts Halbes und nichts Ganzes so rum. Santon. Lama. Der müsste schneller sein als Ivanovic. Aber Ivanovic ist ein bisschen verteidigungsstärker. Ne, etwas etwas robuster. Verteidigungsstärker macht gar keinen Sinn. Ist kein Wort. Aber Neologismus, beziehungsweise Wortneukreation, wie es ja im Volksmund so heißt. Weil Neologismus ist ja Deutsch-Ekurs. Oder beziehungsweise überhaupt Deutsch. Irgendwie Nasium. Ja. Aber ist halt so. Ich mag Neologismen. Ich bin so müde. Ich habe nur elf Stunden geschlafen. Der Barbar. Achso. Ich habe auch wirklich nur elf Stunden geschlafen. Das war ein bisschen wenig für mich. Normalerweise schlafe ich viel mehr. Aber das gibt es nicht. Ich bin irgendwie immer müde. Ich kann neun Stunden, zehn Stunden, elf Stunden schlafen, sieben Stunden. Ich bin immer müde. Nein. Jetzt kriegt ihr den Barbarbar schon wieder so. Das kann doch nicht sein. Ja, faul. Der schiebt doch. Autoschieber, Mörder und Erpresser. Ihr Einsatz ist dein, äh, keine Ahnung. Alarm für Cobra 11. So. C'est Seigneur. C'est Seigneur. C'est Seigneur. Was war das denn? Was reden die in Benin eigentlich für eine Sprache? Und wie konnten die den niemals finden? Ben Affa. Boah, das war ein schöner Schuss. Aber auch gut gehalten von Peter Tschech. Moses. Es scheint, als würde Moses den Platz verlassen. Das kann nicht gut enden. Hoffentlich kommt nicht Jesus Christus rein. Das wäre ein bisschen doof. Sterich kommt rein. Was hat der denn mit der Bibel zu tun? Wechseln wir auch mal aus. Und zwar kommt jetzt Sinclair für Papi C.C. Ähm. Ansonsten erstmal noch nix. Ich habe keine gute Auswechselbank. Zumindest mal nicht, was man auswechseln könnte. Und so. Scott Sinclair dann jetzt auf dem Platz. Eckball von Santon. In die Mitte. Das Demba-Bar. Und der köpft das Ding schon wieder ins Aus. Und das gibt Abstoß für den Gegner. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Äh. Na gut. Tschech hat mehr Paraden geliefert als Krul. Ist aber auch kein Wunder, weil Tschech die Dinge auch hält und Krul immer nur daneben greift. Ich bräuchte jetzt aber eigentlich mal noch ein Tor. Ben-Apha. 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 Oh. Steht schon wieder jemand im Weg. Das kann doch nicht sein. Gut abgefangen erstmal. Aber dann schon wieder der Ballverlust. Weil der abgefangene Ball nämlich zum Gegner schon wieder geht. Oh. Noch holt er das Ding. Jawohl. Simpson. Kabbali. So. Jetzt Ben-Apha. Ben-Apha. Der hat einen guten Schuss. Das ist das Gute an ihm. Lamar. Oh. Auf Sinclair. Sinclair. Der ist auch schon von Chelsea. Ne. Von Manchester City ist der. Stimmt. Jetzt auf Scott Sinclair raus. Sinclair. Damit ist dem Baba. Der kann aber auch keinen ordentlichen Ballköpfen da. Die Flanke war auch einfach zu hoch. Gut aufgepasst von Cessinion. Oh. Und Ben-Apha verliert den Ball schon wieder. Das kann aber nicht wahr sein. Wow. Jetzt stehen die drei. Mit drei Leuten da vorne. Das kann doch nicht sein. Oh. Was war das? Wir stehen da alleine mit drei Mann auf einmal. Und Sturridge hat da gar keine Probleme, das Ding zu verwandeln. Jetzt müssen wir etwas offensiver gehen. Wenn wir hier noch wenigstens ein Tor schießen wollen. Santon. Dem Baba. Oh. Da ist schon das 3 zu 2. 76. Minute. Dem Baba. Schon wieder ein schöner Schuss von ihm. Diesmal auch wieder angetreten. Beziehungsweise mit Effet. Nämlich der Schuss mit RB. Das hat sich gereimt. Effet. Der Schuss mit RB. So. Jetzt können wir noch einmal richtig hinlangen. Weil noch besteht die Chance auf den Ausgleich. Und zwar jetzt den Baba. Auf dem Weg zum 16er. Mit Peter Cech in ihm drin. Das war jetzt irgendwie doppeldeutig schon wieder. Kabai. Ben-Apha. Ben-Apha. Abgefälscht. War schon wieder doppeldeutig. Das habe ich nämlich nicht gemeint. Sondern dass Tschech eben im 16er steht. Aber irgendwie ist meine Ausdrucksweise heute nicht so. Gut. Ich sag mal so. Ich treffe nicht immer die richtigen Wörter. Mir fallen nicht die richtigen Wörter ein. So rum. Siehst du? Und nicht mal der richtige Satzbau passt. Nicht mal den richtigen Satzbau kann ich finden. So rum. Alter. Das gibt es doch nicht. Nicht schon wieder Fernando Torres. Das gibt es doch nicht. Weißt du. Der trifft sonst keinen grünen Zweig. Aber jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Trifft der einfach schon wieder. 4 zu 2. Gerade eben hat es noch. Zur Halbzeit hat es 1 zu 1 gestanden. Jetzt steht es 4 zu 2. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wenigstens haben wir einen Wörter. Nicht der Gegner. Der Baba. Du musst doch. Wenn du schon so ein stämmiger Kerl bist. Hier im Spiel. Dann musst du doch auch irgendwas drauf haben. Oder? Oh ne. Ne. Bei dem Torwart. Da bin ich mir nicht sicher. Dass der überhaupt mal einen Ball hält. Das heißt. Wir müssen ihn bald verkaufen. Am besten jetzt noch. Und holen uns irgendeinen Talent. Und dann. Santon. Abseits. Ne. Doch nicht. Bam. Haut er das Ding da raus. Kabay. Okay. 85. Minute. Oh. Das wird eng. Ben Afer. Ben Afer. Ah. Super geil. Wie von Peter Tschech. Ah. Der hat einen guten Schuss. Dieser Ben Afer. Irgendwas muss ja auch gut sein. Kabay. Oh. Das gibt es ja nicht. Wo schießt denn der den Ball hin? Ah. Jetzt aber. Sinclair. Auch nicht. Demba. Das wäre es gewesen. Gerade noch mal so ein Effektor. Das kann doch nicht wahr sein. Wir drücken da vorne rum. Und kriegen das Ding einfach nicht rein. Aber Tschech hat jetzt auch wieder gut gehalten. Ah. Ah. Diesmal war er nicht so gut. Der Schuss. Aber ein Versuch war es wert. Ja. Jetzt lässt sich Tschech auch noch extra Zeit. Das gibt es doch nicht. Jetzt rennen die gleich schon wieder auf meinen Tor zu. Oder? Oh. Das war ein Foul. Ah. Toll. Ich habe jetzt nicht mal gesehen. Wie viel Nachspielzeit überhaupt noch ist. Alter. Wieso geht denn da keiner richtig ran? Ja. Jetzt noch ein guter Ball auf dem Babar. Der kann schon nicht mehr laufen. Oder was? Oh. Das gibt es doch nicht. Was? Das Einwurf für die? Das kann niemals sein. Niemals. Wie soll der den... Oh. Foul. Oh oh. Bitte kein Rot. Ja nur Gelb. Okay. Dann geht es ja noch. Oh. Was ist das für eine gute Animation von Händen? Also ich kann... Oh Gott. Das war ja super. Habt ihr die Animation gesehen? Die Hände da im Vordergrund? Das war ja... Das war ja wie echt. Ich habe noch keine Hand gesehen, die aus nur 5 Pixeln besteht. Außer die da ist gerade eben. Zweimal dem Babar. Aber hat auch nichts gebracht. Im ersten Spiel gar nicht getroffen mit sauvielen Chancen. Jetzt zweimal getroffen und trotzdem verloren. Dem Babar Spieler des Tages. Ganz klar. Aber leider keine Punkte. Naja. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Ja dann können wir jetzt wohl nichts machen. Es wird noch ein wenig dauern bis wir da sind wo wir eigentlich hinwollen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ja natürlich. Dass wir mein Gehalt besprochen haben. Mein Berater meint, ich sollte sie mal daran erinnern. What? Was ist denn das für eine, Alter? Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursierten, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich wollte sie einfach bitten, mir noch einmal die Chance zu geben, zu beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Okay. Dann machen wir das mal. Wer steht denn jetzt... Auf der Transferliste? Einmal Gutierrez, dann werden wir den von der Transferliste streichen. Äh, Cissé steht noch drauf. Obertan steht drauf. Xisco steht drauf. Und wir werden Tim Krul noch draufstellen. Wer ist der Krul? Wie heißt der mit Vornamen? Doch, Tim. Okay. Weil er kann ja echt gar nichts, der Kerl. Wenn der 9 Millionen wert ist, dann hole ich mir lieber für die 9 Millionen anderen. Achso. Spieler kaufen. Ähm, Torwart. 80. Suche starten. Nee, Alter, meine ich natürlich so rum. Der Stegen ist teuer. Chechny. Rui Patricio. 24 ist der schon. Hugo Lurie. Ähm, die sind alle ein bisschen teuer. Machen wir den mal auf die Wunschliste. Aber erst, wenn ich irgendwie nochmal ein bisschen Geld habe von Cissé. Ein Verkauf von Cissé wäre natürlich perfekt. Aber es will ja keiner ein Angebot machen. Achso, der Ben Ather will ja noch über sein Gehalt sprechen. Hm, hm, hm. Wo haben wir denn den Ben Ather? Okay. So. Das müsste dann doch irgendwie klappen, oder? Bin ich mal gespannt. Weiter. Immer noch kein Angebot für Cissé. David gegen Gold, der wenn Gillingham bei Newcastle United zu Gast sein wird. Die Fans von Gillingham hoffen sicher auf ein Wunder und träumen von einem grandiosen Sieg. Die Karten für dieses Spiel waren in der letzten Woche innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Die Partie wird also vor vollen Rängen stattfinden. Hm. So, alles klar. Sie rotieren mal ein bisschen. Ich hoffe, sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Ich werde jetzt auch wirklich mal rotieren, weil irgendwie geht mir die Mannschaft ein bisschen auf den Keks. Vor allem Cissé. Sinclair wird drin bleiben. Ähm. Wo ist denn diese Army Obi? Was? Der wollte Spielzeit. Wie alt ist denn der? 20. Der ist aber so langsam. Was soll ich mit so einem im linken Mittelfeld? Gabriel Obachtan. Oh Gott. Der sieht auch nicht so gut aus. Hat aber immerhin vier Sterne. Und Ben Afer ist aber ein bisschen besser. Der hat auch einen super Schuss, muss ich ehrlich sagen. Ballkontrolle, Flanken. Abschluss 78 eigentlich nur. Aber woher nimmt der dann die Power aus seinem Schuss? Der hat doch echt einen sauguten Schuss gehabt die ganze Zeit. Ist der aber Franzose? Ah ja. Hört sich... Der Name hört sich jetzt nicht gerade Französisch an. Flair. Dribbler. So, was machen wir denn sonst noch? Ähm. Ja, erstmal nix, ne? Gehen wir erstmal zurück. Äh. Jetzt spielen wir die nächste Partie. Aber das wird natürlich erst die, äh, nächste Folge bringen. Deswegen sage ich erstmal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum Spiel gegen Gillingham. Bis dann. Euer Alex. Tschüss. Tschüss.